Hattest du schon mal das Gefühl, dass jemand lügt und später hat sich herausgestellt, dass er die Wahrheit gesprochen hat oder sie? Das war womöglich der Othello-Fehler. Benannt nach Othello, dem Shakespeare-Stück. Und dort war es so, dass Othello seine Geliebte, das Dämona, verdächtigt hat, ihn zu betrügen. Und dann hatte sie, als er sie verdächtigt hatte, große Angst. Aber sie hatte Angst, weil eben der vermeintliche Liebhaber nicht mehr sagen kann, dass es nicht stimmt. Ich glaube, er war irgendwie gestorben oder war jedenfalls nicht da. Und er hat gedacht, sie hat deswegen Angst, weil sie erwischt wurde. Und diese Verwechslung nennt man bis heute Othello-Fehler. Und das kann natürlich passieren, denn wir sehen, dass jemand Angst hat und wir denken, aha, deswegen lügt er. Und wie kann ich das vermeiden? Naja, es ist so, Angst ist tatsächlich ein typisches Symptom für die Lüge, ein typisches Anzeichen. Eines der Hauptanzeichen der Lüge, wenn jemand Angst fühlt und zwar unpassend Angst. Also es gibt eigentlich keinen Grund, dass jemand jetzt Angst fühlt. Wie kannst du dagegen vorgehen? Es gibt eine gute Methode, nämlich, indem du den Eindruck erweckst, und das nennt man die Eröffnung bei einer Vernehmung, den Opener, indem du von Anfang an den Eindruck erweckst, hervorragend im Entlarven zu sein. Das heißt, wenn du in ein wichtiges Gespräch, ein Kundengespräch gehst oder auch in einer Beziehung bist, machst du ganz klar, du beschäftigst dich mit dem Thema Psychologie, mit dem Thema Lügen entlarven und du möchtest heute an die Wahrheit und du bist ganz selbstsicher, weil du immer an die Wahrheit kommst. Wenn also dein Mitarbeiter etwas damit zu tun hat, wird man das herausfinden. Und wenn er nichts damit zu tun hat, ganz genauso. Und was passiert jetzt? Wenn du diese Selbstsicherheit ausstrahlst, der Lügner wird jetzt viel ängstlicher. Die Angst des Lügners geht hoch, weil er sich denkt, verdammt nochmal, der wird mich entlarven. Und das Beste ist, die Angst des Ehrlichen, des Unschuldigen geht runter, weil er oder sie sich denkt, der wird schon sehen, dass ich unschuldig bin. Das ist also das Beste, was passieren kann. Wenn du also den Eindruck erweckst, hervorragend im Entlarven zu sein. Und ich, wenn ich bei Gesprächen war, ich wurde vorgestellt als der Lügenpapst, als Unfäber, der menschliche Lügendetektor, was nicht stimmt. Auch ich kann mich irren, aber es war gut für mich, weil die Angst des Lügners geht dann hoch und ist unübersehbar und die Angst des Unschuldigen geht runter und ich sehe eben keine Anzeichen mehr. Umgekehrt ist es sehr gefährlich, wenn also der andere denkt, du bist eine Flasche und du sagst, also ich muss jetzt ein Personalgespräch oder keine Ahnung, ich weiß nicht, ob du mir irgendwas vormachst, was passiert? Die Angst des Lügners geht runter, weil er sich denkt, der Depp sieht es eh nicht. Und die Angst des Unschuldigen geht hoch, weil der sich denkt, oh je, der merkt jetzt gar nicht, der sieht jetzt gar nicht, dass ich gar nichts damit zu tun habe. Also, insofern, der Opener, jeder Vernehmer weiß das, wie wichtig der Opener ist, nämlich einfach zu sagen, du, also professionell rüberzukommen, je nach Situation natürlich nicht zu aggressiv, wenn du jetzt im privaten Bereich bist, musst du natürlich aufpassen und auch in einer Verhandlung, aber je nachdem es anzupassen, wie ich es sage, aber klar zu machen, ich bin hervorragend und ich werde jetzt, also im Lügenlarven oder ich bin eigentlich, beschäftige mich mit dem Thema. Also ich hatte einen, der bei meinem Seminar war, der einfach mein Buch auf seinem Tisch hatte, dass jeder das gesehen hat und gesagt hat, was ist das? Er hat gesagt, ach, Buch zum Thema Lügenlarven, damit beschäftige ich mich halt. Bam, die Angst des Lügners geht hoch, dieses Unschuldigen geht runter. Und wie du das anwenden kannst und noch viele, viele andere Techniken, das lernst du in meinen Seminaren natürlich, in meinem Online-Kurs und oder abonniere diesen Kanal auf YouTube.